Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe eine Uhr zum Review zugeschickt bekommen. Leider Gottes muss ich sie wieder zurückschicken. Sie gefällt mir ziemlich gut und zwar die Square Wheel mit retrogradem Datum von Maurice Lacroix. An dieser Stelle viele Grüße und vielen Dank, dass ich die Uhr testen durfte. Letztendlich profitieren wir alle davon, denn es ist eine schöne Uhr. Ich konnte, glaube ich, ganz gute Aufnahmen machen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist ein Dresser, es ist aber kein klassischer Dresser. Ihr werdet noch sehen, warum. In meinem Inhorgenta-Video über Maurice Lacroix habe ich schon ganz kurz diese Uhr filmen können. Sie hat eine etwas abgefahrene Sekundenanzeige und hebt sich damit, finde ich, recht wohltuend von den üblichen Dresswatches ab, die mir persönlich meistens zu langweilig sind. Alles Weitere überlasse ich jetzt euch. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich hoffe, ich kann euch die Uhr ein wenig näher bringen. Schreibt gerne eure Tipps, Kritik, Anregungen und auch eure Meinung zur Uhr unten in die Kommentare. Da unten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir den Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo und ein Aktivieren der Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt. Das hilft mir sehr weiter. Und jetzt starten wir mal mit dem Video und der Nahaufnahme. Hier sehen wir nun also die Square Wheel von Maurice Lacroix mit retrograder Datumsanzeige aus der Masterpiece-Serie im Detail und fangen an mit dem schwarzen Alligatoren-Lederband, das gehalten bzw. verschlossen wird von dieser schönen Fallschließe. Die schließt sauber, sie schließt gut und sie hält das Band bzw. die Uhr am Band sicher am Handgelenk. Und das ist ja auch der Zweck des Ganzen. Wir haben verbaut einen Manufakturkaliber und zwar das ML258. Das ist ein Automatikkaliber mit einer Gangreserve von 36 Stunden, das in diesem 43 mm Durchmesser messendem Gehäuse dann eben dafür sorgt, dass die Uhrzeit auch richtig angezeigt wird. Ich finde den offenen Glasboden eine sehr, sehr schöne Sache, bin generell unabhängig von diesem Modell ein Fan davon, denn die Uhren-Nerds, wie wir sie eben nun mal sind, die haben daran immer ihre Freude. Die Zeiger und alles, was sich auf dem Zifferblatt abspielt, sind in einem Blau gehalten, das so ein bisschen stählern, georgierend wirkt. Also es ist mal heller und mal dunkler, ich denke auf den Aufnahmen kann man das ganz gut erkennen und bildet einen schönen Kontrast zu dem Zifferblatt, das auch mit seinen Strukturen, diese, ich nenne es nochmal Wabenstruktur, doch auch irgendwie was Besonderes bietet und sich eben hervorhebt. Die Zahnräder greifen sehr, sehr genau ineinander, das konntet ihr eben sehen. Das muss auch so sein, denn sie sollen ja punktgenau die Sekunden anzeigen. Hier nochmal ein kleiner Blick aufs Werk, das neben der Sekundenanzeige mein Highlight an dieser Uhr ist, weil es einfach ein super schöner Blick ist, selbst wenn man die Uhr nicht am Handgelenk hat, hat man seine Freude daran. Das Zifferblatt an und für sich bietet noch mehr und zwar bietet es neben der ausgefallenen Sekundenanzeige, die so glaube ich auch namensgebend für diese Uhr ist, eben die Datumsanzeige in retrograder Sicht von 1 bis 31 und da wo der Zeiger steht, den Tag haben wir. Ganz einfach. Was ich als Mode-Fan sehr schwierig fand, war das Styling. Es ist ein Dresser, eine Dresswatch, eine Dressuhr mit einer Wasserdichtigkeit von 10 ATM, die jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt ist, zumindest von der Optik her, von der Funktionalität kann ich es nicht sagen, wirklich sportlich getragen zu werden. Trotzdem ist es aber ja kein klassischer Dresser, der sehr zurückgenommen im Design ist und ganz schlicht auftritt, sondern man hat einiges, was auf dem Zifferblatt los ist, sei es eben die Datumsanzeige oder die ausgefallene Sekundenanzeige, der Kontrast von weiß und blau und da habe ich mich gefragt, ja wozu zieht man diese Uhr denn überhaupt an? Sie hat ein Stahlgehäuse, das ist also schon mal keine Golduhr, das macht sie natürlich deutlich sportlicher und das Ganze, wie man das stylen kann, habe ich für euch jetzt getestet, damit ihr da auch mal eine kleine Inspiration sozusagen mitnehmen könnt. Eine schöne und innovative Uhr ist eine Sache, aber wozu zieht man sie an? Ich habe euch ein paar Beispiele herausgesucht, hier mit einem dunkelblauen Sack und einem bunten Einstecktuch, dass das Blau der Zifferblatt bzw. Zeigerfarbe aufgreift. Das Ganze kann man natürlich variieren, hier mit einem cremefarbenen Einstecktuch, da es ja doch ein Dresser ist, da kommt man nicht drum herum, auch wenn er sehr innovativ und wie ich finde sehr neu und ein bisschen, wie sagt man, fancy ist. Hier die Uhr unter der Manschette mit dem dunkelblauen Sakko, ich denke, das ist wirklich das Hauptgebiet, in dem man sie tragen kann. Allerdings habe ich auch einen kleinen Streetwear-Look getestet und dazu ging sie auch wunderbar, hier mit weißem Sneaker und einem dunkelblauen Hoodie. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit dieser kurzen Vorstellung der Square Wheel mit retrogradem Datum von Maurice Lacroix. Schreibt mir bitte mal unten in die Kommentare, ich habe mir ja am Ende da so ein bisschen was aus den Fingern gesaugt, was Outfit-Inspirationen angeht, zu was würdet ihr diese Uhr denn anziehen? Wir haben jetzt die Variante mit eben blauen Applikationen, das Ganze gibt es noch in anderen Farbschemata, Farbmustern, ich glaube, das ist dann so gräulich-golden. Aber was würdet ihr zu dieser im Video gesehenen Square Wheel anziehen wollen? Schreibt mir das unten in die Kommentare, das interessiert mich brennend, hoffentlich konnte ich euch ein wenig inspirieren. Schreibt mir auch ansonsten eure Meinung zur Uhr, wie schon eingangs erwähnt, in die Kommentare, da lese ich immer gespannt mit und bin jetzt schon gespannt, was ihr zur Uhr sagt. Ansonsten war es das von mir für dieses Video, ich freue mich auf das nächste Video für und mit euch und sage bis zum nächsten Mal, ciao! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.